So meine lieben Freunde, und hier sind wir auch wieder zu einer weiteren Episode Half-Life, yeah, fucking shit, endlich geht's weiter hier mit The Retro Game Mit einem schönen, oder ich nenn's nicht unbedingt Retro Game, obwohl es auch bisschen retro ist, oder? Nein, nicht retro, aber es ist knackeralt, sagen wir mal, und es ist einfach ein Spiel welches ich sagen muss, ach ja, ich hab zu viel zu viel gezockt damals in meiner Kindheit Ähm, und ich vermute mal ganz stark, dass wir hier lang müssen Ich vermute auch mal ganz stark, dass wir da nicht drauf treten auf die Linie Ich spring jetzt hier ab Jetzt hab ich mich erschreckt hier, vor dem feinen Zeug Ne, ähm, jetzt wollte ich irgendwas sagen, was ich wieder vergessen habe Wie immer, ne? Achso, warum ich immer Ihr seht ja, dass ich hier immer ein bisschen rumspringe Ja, weil Weil du eh schon eine Todesgewalt bist Ah Fucking shit, da oben war was, okay Das war, wie es aussieht, eine Falle, oder was ist los? Ne, ich springe wegen diesen Schild springe ich immer so rum, weil hier steht Minen Da dachte ich, dass hier auch Minen sein könnten Und deswegen springe ich immer so wie ein Bekloppter hier rum Also ganz normal, wie immer, ne? So, warum das Zeug auf uns gefallen kommt, hab ich jetzt natürlich auch keine Ahnung Am besten wir schmeißen hier mal eine Grenade rein Und schauen, was passiert Wäre natürlich geil, wenn wir die Granate jetzt noch da reinkriegen würden Es sei denn, dass es ein Autogeschütz Dann haben wir natürlich wieder Blöde Karten, ne? Müssen wir im Prinzip schauen Ja, es ist ein Autogeschütz Hilfe, bitte, Hilfe So, komm ich hier weiter? Ne Hm Wo muss ich da aber lang jetzt? Bin ich wieder etwas überfordert? Aua Blutverlust 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 Erstmal schieße ich die Mine da weg Die ist mir nicht die ganze Zeit schon auf den Kranz gegangen Nun, jetzt kann ich ja mal schauen Ob ich vielleicht da rein muss, oder? Böö Hier drunter durch Was war denn das jetzt? Okay Okidoki, wie Mario sagen würde Ähm, ich komme gerade über Ob nicht klar Die Tür geht nicht auf Wir versuchen das mal ganz logisch anzupacken Die Tür geht nicht auf Äh, da rechts Oder da rechts geht's glaube ich gar nicht lang Ich muss wahrscheinlich in die Tür rein Muss man sich schauen, was mich hier angeschossen hat So Also muss ich erstmal schon hier rechts lang Das war richtig Auf jeden Fall Da habe ich noch nichts Falsches gemacht Komme ich hier rein? Ne Ist ein bisschen klein Ähm Hier ist das Hier kann ich auch nur hier lang Warum ich jetzt das Ding da nicht ausschalten kann Ist mir jetzt aber auch ein bisschen befremdlich Kotze mich gerade Ja, ich werde dir ja helfen Freilich kann ich das kaputt machen Geht doch Ja Mensch Ich kann dir nicht helfen Vertrau auf deine eigene Kraft Und hilf dir selber Aus dem Schlamassel-Minium Oder Störb halt Ist nicht meine Sache Was du hier machst Ich kann auf jeden Fall nicht mehr rum So Hier geht's natürlich nicht rein Das ist das große Tor Also muss ich Wir sterben muss ich nicht Aber ich muss hier So Bam 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 Ist nichts weg Achter Open Hoogst du Na toll Jetzt muss ich aber auch sehen Dass ich das mit der Granate Da unten nicht wegbekomme Ne Das wird sehr schwer Das wird sehr Ich glaube hier werde ich Viele Granaten verschwenden Könnte schon zu weit gewesen sein So Steht natürlich Genau unter den Dingen Das weiß ich nicht Ob ich es kaputt kriege Muss doch irgendwie Jetzt Wartet mal Revolver vielleicht Schlag dich mit den Eisen kaputten Ne Das ist Ha Könnte mal Was probieren Das wird das Ding weggauen haben Nur leider hat es mich auch mit weggauen Also versuche ich es mal mit den Rucksäcken Ach halt ich muss ja noch hier vor Die Mien wegschießen Bam Dann war hier noch eine Und dann nach vorne Vielleicht Ne Dann war nichts Ah Da oben ist ja das Ding schon Versuch es mal mit den Rucksack Na toll Hat ja jetzt super geklappt Hä Worum ist der jetzt Hä Was war denn das jetzt Das habe ich jetzt irgendwie nicht geschneit Was das gerade eben war Aber Warum nicht So am besten erstmal weg hier Ich hoffe doch mal Das ist Leck mich doch am Arsch Das gibt es nicht Guck das Ding immer noch da oben Jetzt vielleicht Alter Es gibt es jetzt irgendwie Vielleicht nochmal mit der Granate Ui Die sind daneben Ui Die ging dort mehr daneben So So vielleicht die mal gucken Gucken Vielen Dank.